Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Einen Tag vor Weihnachten und heute stelle ich euch etwas Neues vor. Ich hoffe, ihr werdet das Ganze mit Spannung verfolgen, denn ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, es euch vorstellen zu können. Und zwar den nahe genauen Arena-Shooter, der im E-Sports-Bereich für, ja, sagen wir mal, für Furore sorgen möchte. Ob sie es hinkriegen oder nicht, werden wir am Ende des Videos vielleicht anhand meiner Erzählung festgestellt haben. Es geht um Tarkov Arena. Tarkov Arena ist der nahe genaue Arena-Shooter, der gerade mit einem fetten 100.000-Dollar-Turnier auf der DreamHack in Hannover, ich sag mal, der Weltöffentlichkeit komplett präsentiert wurde. Unter anderem war da eben auch ein nahe genaues deutsches E-Sports-Team mit dabei, nämlich Hepta Gaming. Hepta besteht aus meiner Meinung nach den besten deutschen Tarkov-Spielern, die wir haben. Vasili, Too Twisted, Tonerd war dabei. Also wirklich, die Tarkov-Creator sind, was Skill angeht, definitiv auf der Welt irgendwo an dem Punkt, wo sie nicht verstecken müssen. Tarkov Arena ist basierend auf dem richtigen Tarkov-Game, auf dem Main-Game, was ich seit Februar spiele. Und seit Februar habe ich in Escape from Tarkov knapp 2.200 Spielstunden, was absolut krank ist. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, dieses Game hat ein dermaßen großes Suchtpotenzial, dass ich mich darin einfach komplett verloren habe und bis heute uneingeschränkt genauso genieße. Tarkov Arena verbindet die klassischen Arena-Shooter-General-Attribute mit dem sehr beliebten und bekannten Tarkov-Mechaniken. Fünf gegen fünf kleine Karten. Ihr könnt euch, und das werde ich euch auch sofort zeigen, anhand von gewissen Presets aktuell im Rank-Modus hocharbeiten. Und mit jedem neuen Rang, den ihr sozusagen freischaltet, habt ihr im Rank-Modus, der aktuell halt nur verfügbar ist. Die anderen sollen jetzt die nächsten Tage noch dazukommen, also auf einem freier Modus, ohne SBM und, und, und. Könnt ihr bessere Presets euch sozusagen erspielen. Das heißt, bessere Muni, bessere Waffen, bessere Ausrüstung, bessere Stims, bessere Heilung und, und, und. Der große Unterschied zwischen Tarkov Arena und einem Arena-Shooter wie Counter-Strike Go oder Valorant oder neben jedem anderen, den ihr da irgendwie im Kopf habt, ist im Prinzip die Gameplay-Mechaniken, die Tarkov hat. Das heißt, anders als in CSGO könnt ihr gebrochene Beine haben, gebrochene Arme, ihr könnt tote Körperteile haben, ihr könnt leichte Blutungen haben, schwere Blutungen. Ihr habt verschiedene Munitionstypen für dieselben Waffen. Ihr habt beim NATO-Kaliber 5, 5, 6, habt ihr für eine M4 Panzerbrechende Munition, eher Flash-Rounds, also Kugeln, die durch keine Rüstung gut durchgehen, dafür bei Körpertreffern sehr viel Schaden anrichten. Was für das Main-Game Escape from Tarkov sehr kompliziert ist, am Anfang zu lernen, aber dann auch einfach die Tiefe des Games darbietet, ist bei Tarkov Arena viel, viel einfacher, denn ihr braucht euch um einzelne Munitionstypen und Arten nicht so viel Gedanken machen, weil es euch a. in-game eingeblendet wird, wie gut die Munition, die ihr verschießt, ist, als auch, euch wird ja vorgegeben, je nachdem, welchen Rang ihr habt, welches Preset und welche Waffen ihr nehmt, das heißt, ihr braucht euch Waffen in dem Sinne aktuell gar nicht zusammen. Wie sieht die Oberfläche von Arena Tarkov oder Tarkov Arena aus? Ihr habt hier die Möglichkeit, zwischen Nicht-Ranked und Ranked-Modus zu unterscheiden. Ranked ist mit SBMM, so wie sich das in einem Ranked-Modus gehört, das ist in CSGO so, in Valorant so, im Ranked-Modus in COD ist es so, und ihr habt den Unranked-Modus, hier gibt es kein SBMM, das ist mehr oder weniger ein Spaß-Modus, der eben wie Arena 5 gegen 5, alles dasselbe, nur eben ohne Rang. Ist aktuell noch nicht verfügbar, sie rollen gerade den Zugang für die Spieler aus, ich vermute, dass der letzte in ein, zwei Wochen dann auch Zugang hat und dann gehe ich auch fest davon aus, dass wir nach Weihnachten in diesem Modus endlich die Möglichkeit haben, ohne einen Rang, just for fun, mit Teams, Turniere zu spielen und sonstiges. Ihr habt auch die Möglichkeit, eben für eigene Turniere als Creator oder sonstiges private Matches zu veranstalten. Das Ganze baut sich darauf auf, dass ihr einen Preset aufbaut, levelt und dann weiter levelt. So aktuell, ich habe mit diesem Preset angefangen, das sind halt die, man muss es so sagen, schlechtesten Presets und schlechtesten Waffen, die man angefangen hat. Mit XP, die euch für Kills, für Siege, für Assist und sonstiges nach einer Runde gut geschrieben werden, levelt ihr die nächsten Presets frei. Und wenn ihr diesen hier freigeschaltet habt, dafür müsst ihr aber auch diesen Charakter sozusagen spielen, geht ihr in die nächste Stufe, wo ihr, wie in diesem Fall, zwei verschiedene neue Presets als Optionen habt. Hier mit einer VPO, hier ist jetzt PS-Muni drin, damit kann man schon was anfangen. Und das hier ist der zweite, den ihr freischaltet, eine AK-74M mit ebenfalls PS-Kleinkaliber 545-Munition. Auch damit kann man zumindest durch Dreierrüstung schon mal durchgehen. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass es unfassbar lange dauert, bis man diese Presets freigeschaltet hat, weil man eben von Preset zu Preset unglaublich viel Munition, äh, nicht viel Munition, sondern viel XP benötigt. Allein für den zweiten benötigt man schon 22.000. Was gleichbedeutend ist, mit diesem schlechten Preset müsst ihr circa 4 bis 5 Runden gewinnen und Kills machen. Und Runden gewinnen ist gar nicht so einfach, wenn ihr in Tarkov Arena ohne festes Team spielt, sondern mit zufälligen, ja, Random-Teammates, sag ich mal. Hier gibt es Close-Quarter-Battle, Scout, Marksman. Das sind einfach alles Presets, die eben in gewisse Kategorien eingeteilt sind. Und wenn ihr hier nach ganz unten geht, seht ihr natürlich, jeder Tarkov-Spieler, dem wird es auffallen. Ihr kriegt bessere Rüstungen, ihr kriegt bessere Waffen. Das Problem ist, ihr müsst euch sehr, sehr früh für euch entscheiden, welches davon ihr hoch- oder leveln und freischalten wollt. Denn, sagen wir mal, ich möchte diesen Baum hier freischalten, wo ich angefangen habe, und stelle hier aber irgendwann fest, nö, diese Waffen gefallen mir gar nicht. Ich wollte doch eigentlich diesen hier haben, weil ich die Hexquid haben will oder die Saiga oder sonst was. Dann müsst ihr leider ganz oben wieder anfangen, wieder ein hier von weiter leveln, um hier weiter runter zu kommen. Hier unten wird euch angezeigt, wie viele Matches ihr gespielt habt, welche KD ihr bisher habt, wie viele Arena-Points ihr bisher habt, welchen Rang ihr habt. All die Sachen, die ihr aus so ziemlich jedem Arena-Shooter irgendwie auf der Welt kennt. Und dazu gibt es auch ein eigentlich funktionierendes, übersichtliches Ranking-System, wo ihr eben auch die besten Spieler sehen könnt. Die aktuell eben auf den Plätzen 1 bis, naja, aktuell 211.000, es wird noch mehr hinter mir geben. Ich vermute 1 bis 250.000 ungefähr ist. Was ich hierbei erwähnen möchte, ist, dass ich von Battlestate Games nicht bezahlt werde für die Vorstellung von Tarkov Arena und nichts dafür bekomme. Ich stelle es euch vor, weil ich persönlich ein großer Escape-from-Tarkov-Fan bin und mich selbst habe von vielen Zuschauern überzeugen lassen, dass Tarkov ein Game ist, only PC, genauso wie Arena. Es wird nicht für die Konsolen rauskommen, es ist ausschließlich für den PC verfügbar. Und selbst ich, der 15 Jahre eine Maus nur benutzt hat, damit er überhaupt einen Rechner starten kann, habe mir mittlerweile eine G502 Logitech Hero gekauft, genauso wie eine, ich glaube, eine Corsair K70 Gaming-Tastatur. Und habe in dieses Game unfassbar viel Zeit investiert, denn ich war von Anfang an mit Maus und Tastatur höchstwahrscheinlich der schlechteste Tarkov-Spieler aller Zeiten und habe mittlerweile eben in diesen 2000 Spielstunden durchaus meine Mechaniken, mein Spielverständnis auf ein Level gehoben, wo ich nach 9, 10 Monaten zumindest schon mal zufrieden bin. Ich gehöre absolut nicht zur Elite der PC- und Maus- und Tastaturspieler, aber ich arbeite mich ran. Deswegen keine Werbung von mir, es ist einfach nur eine Vorstellung. Wie ist Tarkov Arena? Wie funktioniert es bisher? Wie zufrieden ist man? Ehrliche Meinung, ich war, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass sowas wie Tarkov Arena kommen soll, absolut nicht begeistert davon, weil ich der Meinung bin, dass gerade dieses Wipe-System des hauptsächlichen Games, also alle sechs Monate resettet sich euer Fortschritt und es fängt mit frischen Quests an, mit frischen Missionen, mit frischen Stashes und 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 und, habe ich gedacht, das ist eigentlich das, was mich am meisten an Tarkov interessiert. Ich weiß nicht, ob so ein Arena-basierter Shooter von Tarkov etwas ist, was mich abholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich auch so bewahrhaltet. Ich persönlich bin tatsächlich kein großer Fan von Arena, aus den einfachen Gründen, dass es aktuell unheimlich viel Zeit kostet, um, damit ihr eben bessere Waffen und bessere Ausrüstung in Ranked spielen könnt, Und es kostet unfassbar, unfassbar viel Zeit, den einen Charakter sozusagen freizuschalten mit XP, gerade wenn ihr nicht in einem festen Team spielt, sondern mit random Teammates, denn das Matchmaking gibt euch teilweise echt grausame Teammates. Es dauert einfach viel zu lange, bis ihr die besseren Sachen freischaltet, was dafür sorgen kann, dass gerade jetzt, wo Leute nach einer oder zwei Wochen anfangen aktuell, solange sie an dem Progression-System nicht rapide etwas verschnellern, dass ihr in den ersten 12, 14, 16 Stunden mit halt sehr schlechten Presets spielen müsst, weil die ersten halt schlecht sind und ihr auf Leute trefft mit den besten Waffen, besten Rüstungen und sonstiges, denn sobald das Matchmaking nicht 100% nach ILO aufbaut, sondern eben nach verschiedenen anderen Faktoren, die noch mit drin sind, habt ihr das Problem, dass es eben sehr frustrierend sein kann. Und das habe ich am Anfang festgestellt, nicht so sehr, dass ich auf Leute getroffen bin, die bessere Presets hatten, aber, dass ich mich dabei erwischt habe, wie ich teilweise 5 oder 6 Stunden Zeit damit verbracht habe, ein einzelnes Preset überhaupt hochzuleveln, damit ich ins nächste aufsteigen kann. Das nächste Problem ist, ihr müsst euch von Anfang an aktuell genau angucken in Ranked, welchen Baum ihr eigentlich auf Dauer freigeschaltet haben wollt, denn wenn ihr bei der Hälfte eines Baums feststellt, eigentlich wollt ihr jetzt doch zum anderen, müsst ihr den neuen Baum ebenfalls mit dem ersten Preset wieder anfangen, was dann eben Neues dort ist und wieder bis nach ganz unten gehen. Das Ganze ist zu langatmig, dauert zu lange und nimmt den Spielspaß weg. Das nächste Problem an dem Ganzen ist, dadurch, dass in Tarkov In-Game-Headsets als Ausrüstung einen wirklich riesigen Teil des Ganzen ausmachen, wie weit könnt ihr hören, wie gut könnt ihr hören, hört ihr eine Granate, die gezogen wird, hört ihr einen Schuss, der fällt, wie weit hört ihr die Schüsse, hört ihr einen Schritt, der von jemandem kommt, wie weit hört ihr die Schritte. All diese Sachen sind aktuell komplett random, weil die einzelnen Presets, die ihr habt, natürlich dafür sorgen, dass ihr eben nicht immer das gleiche Headset habt. Manche Presets haben gar kein Headset, manche haben sehr gute Headsets. Das heißt, Audio generell in Tarkov Arena ist aktuell nicht gut, noch schlechter dadurch, dass es halt sehr unterschiedlich ist, welches Headset ihr tragt und Audio ist in einem Arena-Shooter wie Tarkov extensiell, damit das Playing-Field halbwegs ausgeglichen ist. Bekannten Tarkov-Mechaniken sind alle in Tarkov Arena mit bei. Ihr könnt euch Füße brechen, Beine brechen, euer Arm kann tot sein sozusagen, euer Thorax kann tot sein, ihr könnt trotzdem gerade überleben, ihr könnt leichte Blutungen haben, schwere Blutungen. All diese Sachen machen mit den richtigen Heilungssachen im Main-Game durchaus Spaß, damit umgehen zu müssen, weil es einfach das Ganze komplexer und fordernder macht. In Arena ist aber das Problem, dass ihr viel weniger Zeit habt. Was bedeutet, dass Heilung in Arena, wenn ihr euch heilen wollt, länger dauert, als es, beziehungsweise es dauert zwar genauso lange wie im Main-Game, aber in Arena seid ihr 5 gegen 5 auf einer kleinen Karte, ihr habt nicht viel Zeit, während im Main-Game ihr natürlich Zeit habt, zwischendurch euch zu heilen. Auch hier haben die Entwickler von Battle-State-Games leider immer noch keine Änderungen dran gemacht. Normalerweise müsste in Arena, damit es mit dem Game-Flow zusammenpasst, das Ganze schneller gehen. Und ein Riesenproblem, was ich absolut nicht verstehe, ist, nach einem gewissen Timer von 90 Sekunden in Arena, wenn dann noch welche aus den Teams leben, könnt ihr eine Flagge einnehmen. Es gibt zwei Flaggen, meistens rechts und links. Ein bisschen wie Herrschaft, sag ich mal, es dauert aktuell um die 5 Sekunden eine Flagge einzunehmen. Normalerweise müsste es länger sein, bin ich der Meinung. Wenn diese Flagge aber nicht eingenommen wird und sagen wir mal, auf eurer Seite sind noch drei am Leben und ihr seid alleine auf eurer Seite am Leben, dann kommt eine Clean-Up-Crew, das sind Bosse, Raider, KI, auf die Karte, die sozusagen, ja, Clean-Up machen. Also alle Türken, die noch da sind, damit die Runde zu Ende geht. Das Problem ist, diese KI ist so extrem getriggert, dass es sein kann, dass die die drei, die in einem Team noch leben, zuerst jagen und ihr alleine einfach am Leben gelassen werdet. Was in einem Competitive E-Sports-Ready-Arena-Shooter nicht passt, wenn eine KI plötzlich darüber entscheidet, wie die Runde zu Ende geht. So in der Nachbetrachtung muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade ein bisschen an den Schnitt gesetzt, muss ich feststellen, dass es sehr negativ klingt, was ich über Tarkov Arena zu sagen habe. Spiegelt aber meine persönliche Erfahrung mit dem Shooter bisher wieder und ich kann aber nicht sagen, ob das allen, die es aktuell spielen, so geht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es kein E-Sport-Game werden kann, so wie es jetzt aktuell im Zustand ist. Und ich persönlich bleibe meinem Favorite, nämlich Escape from Tarkov als Main-Game, als normales Game mit Wipe-Systemen, mit Quests und sonstigen Sachen. Solltet ihr aber, gerade weil eben X-Defined ja auch noch nicht da ist als neuer Arena-Shooter, Lust haben, das Ganze auszuprobieren, auf der offiziellen Homepage von Battlestate Games könnt ihr Arena für, es sind glaube ich 37, 38 Euro kaufen und euch ausprobieren. Ihr könnt es aber auch bei diversen Tarkov-Streamern und Tarkov-Spielern live gucken. Ich selber streame es zwischendurch und wenn es um deutsche Tarkov-Streamern geht, dann kann ich euch ein ernstes Too Twisted empfehlen. Ich kann euch Vasili empfehlen, Knüppelpaste empfehlen, Sir Hans Vader. Ich werde euch unten in die Videobeschreibung mal ein paar deutsche Tarkov-Creator verlinken. Da kann ich euch von Herzen nur empfehlen, dass ihr da vorbeischaut. Das sind meiner Meinung nach großartige Leute. Ich mag die alle sehr gerne, die sind alle sehr, sehr erwachsen, muss man sagen, und machen guten Content. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ob wir uns morgen zu Weihnachten sehen, kann ich euch noch nicht sagen, Leute. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe zwei Sachen, die ich euch eigentlich zeigen will. Wird sich morgen herausstellen. Ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, lasst ein Like da. Freut mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Vielleicht habt ihr Arena schon gespielt. Vielleicht spielt ihr selber Escape von Tarkov. Ansonsten, ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest. Ich bedanke mich an der Stelle für alle guten Glückwünsche auch schon vorher. Und wir sehen uns. Haut rein.